Moin moin, hallo, willkommen zu Followerboy AP, zur siebten Ausgabe von Meine Meinung. Diesmal dreht es sich um das Thema Titanfall, beziehungsweise was meine Eindrücke sind, meine ersten Eindrücke zur Titanfall Beta, die ja nun vorbei ist und positive sowie auch negative Seiten. Und damit fangen wir eigentlich gleich mal an. Ja, also man muss dazu sagen, die Titanfall Beta lief ja vor ein paar Tagen für PC, Xbox One und Xbox 360. Leider kommt das Spiel ja vorerst nicht für die PS4 raus, wird ja gemunkelt, dass es irgendwann eventuell nächsten Jahres passieren sollte. Und nächsten Jahres, naja, ob es dann noch jemand spielen will für die PS4, weiß ich auch nicht. Ich habe es auf jeden Fall für den PC gezockt und war doch recht begeistert. Also ich hatte selten so viel Spaß bei einer Beta und das hat mir sehr gut gefallen. Dazu muss man natürlich sagen, das sind die Entwickler, beziehungsweise nicht nur die Entwickler, das sind sogar die Erfinder von Call of Duty, deswegen ähnelt das Spiel, beziehungsweise das Movement und das Spielprinzip eigentlich auch sehr an Call of Duty. Deswegen werde ich ab und zu immer diese Vergleiche ziehen, ob man es jetzt nur mag oder nicht. Ja, die wurden halt von Activision gefeuert, weswegen weiß ich nicht mehr ganz genau. Es gab da auf jeden Fall ziemlich viel Beef. Ja, dann haben sich die Erfinder und Entwickler von Call of Duty gesagt, ach, leckt mich oder fickt euch in diesem Fall. Wir gründen ein eigenes Entwicklerstudio, Respawn Entertainment nennen wir es und entwickeln einen geilen Shooter zu Call of Duty und machen sie damit platt. Und ob dieses Prinzip aufgeht, weiß ich momentan nicht. Ich kann nur sagen, dass ich sehr, sehr viel Spaß dazu hatte. Gehen wir doch mal die einzelnen Punkte erstmal durch. Ähm, das Hauptmerkmal ist natürlich erstmal Grafik. Ähm, die ist nicht umwerfend. Wie gesagt, für Xbox One und Xbox 360 soll sie noch deutlich schlechter sein als für den PC. Ähm, wie gesagt, ich habe es auf dem PC gespielt. Die ist total grundsolide. Ich würde ja zwei Minus geben. Ähm, aber es ist auch nicht weiter schlimm, dass die jetzt nicht, naja, nicht aussieht wie ein Battlefield 4 oder sowas in der Art. Denn das Spiel ist so verdammt schnell, da hat man eigentlich kaum Zeit, sich auf irgendwelche Grafik, irgendwelche Details einzulassen. Von daher wirklich grundsolide, völlig in Ordnung. Man hätte natürlich deutlich mehr draus machen können. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Soundtechnisch gefällt mir das Spiel allerdings jedoch total gut. Denn es ist, die Schüsse fühlen sich, beziehungsweise hören sich echt an. Ähm, gerade wenn man mit diesen riesen Titans, mit diesen Mechs unterwegs ist, die Fußstapfen, das donnert ordentlich. Das hört sich richtig gut an. Also, soundtechnisch finde ich das Spiel wirklich top. Ähm, jetzt kommen wir mal wirklich zum, zum eigenartigen, zum wirklich coolen Gameplay. Also, es hat sehr viele Call of Duty, äh, Momente drin. Es spielt sich eigentlich auch fast ähnlich wie Call of Duty. Nur, dass es tatsächlich noch schneller ist als das Spiel. Ähm, und da habe ich am Anfang schon gestaunt, überhaupt noch schneller als Call of Duty. Ich meine, Call of Duty ist ja schon ein schneller Shooter. Aber Titanfall legt da auf jeden Fall nochmal eine Schippe drauf. Es ist wirklich ein fucking geniales, schnelles Spiel. Ähm, das ist, ich weiß gar nicht, kann man das irgendwie beschreiben? Es ist halt eine Mischung aus wirklich Ego-Shooter, also aus einem Call of Duty Teil und, äh, Mirror's Edge, also aus Parcours, wenn man so möchte. Man kann als Bodentrupp überall rauf, überall lang sprinten, überall hochklettern an Häuser. Man hat ein Jetpack sozusagen dabei. Man kann Walljumps machen und Wallrides, etc. pp. Man kommt überall hoch. Das ist schon verdammt gut. Und wenn man dann erstmal seinen Mech hat, seinen Titan, dann geht's auf dem Boden weiter und mit richtig fetter Action. Ähm, das ist schon echt gut. Also, das, das stimmt schon alles in sich. Und es hat mir auch wirklich viel Spaß bereitet. Man hat jetzt, äh, natürlich zum Anfang nur zwei Karten gehabt. Doch die waren schon richtig gut designt. Die haben mir wirklich gut gefallen. Es war eine Karte, die war etwas offener. Ich weiß gar nicht mehr die Namen. Ähm, da konnte man besser mit den, äh, Titans rum jonglieren und umher schleudern. Und die andere war eher so ein bisschen auf Häuserkampf gedacht. Auch da ging das aber halt auch gut mit den Titans. Und ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, was mir mehr Spaß macht. Als Bodentrupp finde ich es geil, dass man so verdammt schnell ist und überall hin kann. Und als Mech finde ich es auch super geil, wenn man so viel Wumms hat einfach. Das ist schon cool, man hat als Mech, äh, kann man sich natürlich verschiedene Waffen auswählen. Das ist ähnlich wie bei Call of Duty. Es gibt ein Levelsystem. Bei der Beta war das bis Level 14. Ähm, man kann dann natürlich, ja, wenn ein Level aufsteigt, äh, kriegt man neue Sachen freigeschaltet, wie Waffen, Aufsätze, Perks. Ihr kennt es halt vom COD. Da braucht man nicht großartig erklären. Ähm, natürlich hatten am Anfang jetzt alle die gleichen Waffen. Es gab eine, eine, ein Sturmgewehr, eine MP, eine Schrotflinte, Sniper, etc. Das war es dann halt auch schon mit ein paar Aufsätze, mit ein paar Perks. Ähm, das wird auf jeden Fall noch vergrößert, das Arsenal. Das ist ja wohl, ist ja auch logisch. Ähm, fand ich aber bis jetzt schon gut. Auch die Waffen handeln sich so, wie in dem besagten Spiel. Das sieht alles sehr, sehr gleich aus. Ähm, nur, dass es mir tatsächlich besser gefällt. Ähm, woran das wirklich liegt, kann man eigentlich schwer sagen. Es ist mal, ich will nicht wirklich sagen, es ist mal was anderes, denn das wäre ja gelogen. Ähm, ich kann es wirklich eigentlich gar nicht richtig erklären, warum es mir eigentlich so gut gefallen hat. Wahrscheinlich einfach an diesen riesigen Max. Das war schon irgendwie geil. Das war schon cool gemacht, ja. Ja, doch. Nichtsdestotrotz gab es natürlich auch ein paar Punkte, die mir, äh, wo ich so ein bisschen, äh, doch gezweifelt habe. Denn das Problem ist ja, ähm, man hat Karten, ähm, die in der Größe eigentlich total in Ordnung sind. Ähm, sie sind nicht wirklich riesig. Also so wirklich gute, kompakte Karten, wo aber Max halt auch noch drauf Platz haben. Das heißt, man spielt ein 6 gegen 6. Und, äh, das ist natürlich ein bisschen wenig, finde ich. Und dann haben die Entwickler sich halt überlegt, okay, machen wir das ähnlich wie in einem MOBA, wie bei LOL zum Beispiel. Und packen ein paar Minions quasi mit rein. Damit das Spielgefühl einfach sich noch echter anfühlt, dass es mehr so auf Massenschlacht, äh, quasi mehr aussieht. Dass man einfach mehr Action hat. Das ist ja in dem Punkt auch eigentlich eine nette Idee. Die, doch, weiß ich ehrlich gesagt nicht, das finde ich ein bisschen, naja, wenn diese, wenn die KI-Gegner wenigstens clever wären und einem auch ein paar Probleme bereiten würden, dann wäre das ganz cool. Aber sie stehen einfach nur da, sind einfach nur billiges Kanonenfutter. Und, ähm, das stößt mir so ein bisschen sauer auf. Äh, man muss sich das so vorstellen, man hat auch nicht wirklich einen Killstreak. Der einzige Killstreak ist halt dieser Titan und den bekommt man nach bestimmten, nach einer, ja, bestimmten Zeitablauf. Das heißt, wenn ich jetzt einen richtigen Gegner, äh, abschieße, zum Beispiel, sind es dann minus 20 Sekunden, die man gut geschrieben bekommt. Bei normalen, äh, Minions sind es vielleicht minus 2 Sekunden. Das heißt, je mehr man abballert, desto schneller kriegt man auch seinen Titan. Und, ähm, das finde ich ist gut gelöst. Weil es auch, wie gesagt, diese ganze scheiß Killstreak-Kacke, wie bei Call of Duty, geht mir sowas von auf den Sack. Ähm, finde ich total ätzend. Und da gibt's das quasi wirklich einfach nicht. Und ich hoffe auch nicht, dass sowas reinkommt, weil, äh, das ist das Schlimmste überhaupt. In Shootern, irgendein random Scheiß und man stirbt einfach. Darum finde ich Call of Duty auch mehr und mehr einfach nur noch beschissen. Ähm, naja, das finde ich ganz gut gelöst. Aber halt mit diesem 6 gegen 6 finde ich ein bisschen wenig. Also, klar, die haben gesagt, wenn man jetzt mehr Spieler machen würde, dann würde das Ganze zu unübersichtlich werden auf den Karten. Was ich natürlich auch verstehen kann, denn das ist gerade richtig. Aber ich finde, da hätte man irgendwie noch eine Zwischenlösung für finden müssen. Welche genau, kann ich nicht so sagen. Man hätte eventuell natürlich die Karten größer machen können, dass mehr Leute drauf passen. Dann wäre es aber halt auch wieder ein ziemliches Rumgelaufe gewesen. Man hätte sonst auch die Titans kleiner machen können. Das ist, was weiß ich, die sind ja bombastisch groß wie so ein Haus. Dann hätte man die vielleicht auf die Hälfte reduzieren können. Wäre aber natürlich auch nicht mehr so geil, wenn man dann in so einem Ding drin sitzen würde. Aber das werden die Entwickler mit Sicherheit noch hinkriegen. Mal sehen, wenn die Vollversion rauskommt, was dann draus wird. Und der nächste Kritikpunkt, und damit ist es tatsächlich auch der letzte eigentlich schon, ist diese fürchterliche Pistole. Wie hieß sie denn noch? Die, 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 nee, Stun Gun war das nicht. Habe ich schon wieder vergessen. Auf jeden Fall, das zeugt einfach von Uncoolness, wenn man die benutzt. Das ist einfach, ah, grässlich. Es ist eine Pistole, mit der man nicht zielen muss. Die zielt für einen automatisch und macht auch noch guten Schaden und trifft hundertprozentig. Wobei ich mir dann denke, äh, warum baut man sowas in einen Shooter ein? Das hat doch nichts mehr mit Skill zu tun. Das ist einfach nur, nur overpowered ist scheiße. Und ich hoffe auch, dass die Entwickler das einsehen und den Kack da wieder rausnehmen. Zum Glück haben es nicht so viele benutzt, diese Dreckswaffe. Aber ganz ehrlich, das geht gar nicht für mich. Hallo? Eine Pistole, die automatisch anvisiert. Ich drücke nur noch linke Maustaste und tot ist der Gegner. Wie scheiße ist denn das? Das ist doch für den Arsch. Also, das weiß ich nicht, was man sich dabei gedacht hat. Hoffentlich wird das wieder rausgenommen. Wenn die Punkte so ein bisschen verbessert werden, diese komische Gun da raus und das noch ein bisschen mehr Abwechslung in das Spiel reinkommt. Man hatte natürlich nur zwei Karten, in dem Fall zu spielen. Man hatte ein Team Deathmatch. Man hatte Last Titan Standing, was sich ja von selbst erklärt. Und eine Art Domination, also eine Herrschaft. Und das war alles ganz gut gemacht. Aber ab einem Punkt habe ich auch gesagt, okay, jetzt reicht es. Jetzt hast du eigentlich keine Lust mehr. Mal sehen, wie dann die Vollversion aussieht, wie das Spiel sich dann wirklich komplett spielt und ob es wirklich so fesselt. Ich muss sagen, es hat Potenzial. Es ist meine Shooter-Hoffnung 2014. Ich muss es mal wirklich so hart sagen. Neben Halo, was mir nicht gefällt, weil ich damit einfach nicht... Ich weiß nicht. Es ist nicht mein Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Battlefield ist mir eigentlich immer zu groß. Da muss ich immer schon gleich mit dem ganzen Squad da anrücken. Und Call of Duty, was mich einfach nur noch anpisst, weil es einfach nur noch Rotze ist. Ich habe saumäßig gerne Call of Duty gespielt damals. Aber seit Black Ops 2 und jetzt Ghosts... Oh, Katastrophe. Kann ich es nicht mehr anfassen. Es ist einfach für mich eins der schlechtesten Shooter geworden, was ich wirklich sehr, sehr schade finde. Ich hoffe, dass Titanfall das alles besser macht. Ich hoffe, dass Titanfall mal wirklich diesen großen Entwicklern, den großen Publisher, und dann einfach mal richtig in die Eier tritt und mal zeigt, was wirklich noch in dieser Shooter-Szene drinsteckt. Es ist nicht nur noch 0815 rumgeballer und so eine Kacke. Sondern da geht auch noch mal was. Das hat auch mal ein bisschen was mit Skill zu tun. Und ja, ich hoffe, dass es gut wird. All das will man dann natürlich erfahren, wenn das Spiel draußen ist Mitte März. Ich werde es mir auf jeden Fall holen. Und das war es eigentlich auch schon. Wieder ein bisschen längeres meine Meinung-Video geworden. Aber ich wollte ein bisschen drüber philosophieren. Ich hätte natürlich noch viel, viel mehr sagen können. Also mir hat es auf jeden Fall Spaß bereitet. Jetzt seid ihr mal dran. Schreibt in die Kommentare. Was haltet ihr von dem Spiel? Habt ihr es gezockt? Werdet ihr euch es kaufen? Was sind eure positiven Seiten? Was sagt ihr, ist an dem Spiel noch nicht so gut? Was kann man noch verbessern? Mich würde es einfach mal interessieren. Und wenn ihr natürlich auch ein anderes Thema habt für meine Meinung, dann da unten in die Kommentare rein. Ich werde es mir durchlesen. Vielleicht kommt das Thema dran. Und ihr werdet namentlich erwähnt. Wer weiß, vielleicht kriegt ihr dann auch noch 100 Euro von mir. Nein, eigentlich nicht. Das schneide ich lieber raus. Ja, würde mich interessieren. Ich hoffe, ihr gebt einen Daumen nach oben. Ihr schreibt einen Kommentar rein. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. PS, ich musste dieses Video neu machen, weil YouTube einen scheiß Soundbug drin hatte. Man konnte meine Stimme nicht mehr hören. Ich habe nur noch pantomimisch irgendwas gemacht. Deswegen musste ich es nochmal neu aufnehmen, da ich auch leider mein gerendertes Material schon in den Papierkorb geschmissen hatte und gelöscht habe. Sehr gut. Danke YouTube dafür. Ich warte jetzt hier erstmal ab. Ich sage tschüss, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wolfenstein. 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 Erdbeerspiegel. Wolfenstein. Wolfenstein. Nee, tschüss. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.